Und wo lebt der wirklich prominente Promi? Wo ist sein natürliches Biotop? Auf dem roten Teppich. Brit Week in Los Angeles. Britenwoche. Eine Art Leistungsschau für Kultur und Konsum aus Großbritannien. Und da sind auch welche da. Sonjas Figaro braucht heute offensichtlich etwas länger. Für die Promis ist das kein Problem. Dann werden sie halt von jemand anderem geknipst und ausgequetscht. Wer ist denn alles da? Nächstes Problem. Die Promis sind drin und Sonja ist draußen. Also muss sie die Stars zu sich locken. Das ist George Bloodwell. Ganz ein guter alter Frisch. Ganz ein ganz toller Typ. Er bringt eines der tollsten, tollsten Fashionmagazine aus. Und dann gelingt der späten Reporterin doch noch der große Durchbruch. Sonja hat einen echten Rockstar an der Angel. Steve Cook stammt wie die Beatles aus Liverpool. Und auch er war heute ganz klar beim Friseur. Und dadurch, dass ich halt Unterhaltung mit meinem psychologischen Hintergrund verbinden kann, ist natürlich toll. Und dann kann nur... Und dann geht das. Und dann geht's να aufhören. Und dann geht's. Und dann geht's weiter. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020